Ach, hallo Leute, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, könnt ihr mir bitte, bitte verzeihen. Okay, Spaß beiseite, natürlich werdet ihr mir verzeihen. Ähm, worum geht es? Es geht darum, dass ich gesagt habe, dass die Themenwahl circa vor 21 Uhr, ein paar Minuten vor 21 Uhr enden wird und ich 21 Uhr dann einen Stream abhalten werde, in dem ich dann das Siegerthema bekannt gebe und ich, ähm, dann natürlich dann die Regeln und Preise und alles, also alle Dinge bekannt gebe zum Community-Event, alles, was wirklich von Interesse ist. Der Stream bleibt 21 Uhr, aber die Themenwahl endet schon zwischen 19 und 20 Uhr. Das heißt, dass morgen ab 19 Uhr möglicherweise der Themenwahl-Channel dann in Discord verschwindet. Ihr könnt bis dahin hier gerne noch in Discord abstimmen. sind sehr, sehr coole Themen dabei und ihr könnt da abstimmen, ihr könnt auch für so viele Themen stimmen, wie ihr wollt und ihr könnt natürlich auch selber noch Themenvorschläge bringen. Also kommt einfach in meinen Discord, wenn ihr es noch nicht seid und ansonsten vergesst nicht, bis morgen 19 Uhr noch eure, ähm, hier Themen, für die Themen abzustimmen. Genau. Genau. Warum steht dort zwischen 19 und 20 Uhr? Warum steht dort nicht 19 Uhr oder 20 Uhr? Ganz einfach. 20 Uhr finde ich zeitlich ein bisschen eng, weil, und das ist nämlich der eigentliche Grund, warum es nach vorne gezogen wird, Speedy will nämlich noch ein Projekt fertigstellen. Daran habe ich gar nicht gedacht, weil ich bin ein bisschen blöd und so. In dem Moment war ich ein bisschen verplant, ich bin ehrlich. Ähm, ich habe nicht daran gedacht, dass Speedy dann noch ein Projekt machen muss und Speedy möchte dann natürlich noch ein Projekt machen und, ähm, je mehr Zeit Speedy hat, desto besser. Dementsprechend ist klar, das Projekt ist schon fast fertig, aber sie muss dann natürlich dann entsprechend den Themen, die gewählt wurden, Änderungen vornehmen. Und je mehr Zeit sie dafür hat, desto besser. 19 Uhr ist leider für mich ein bisschen zu früh und 20 Uhr ist vielleicht ein bisschen zu spät für Speedy. Dementsprechend sage ich zwischen 19 und 20 Uhr, weil ich habe nämlich morgen eine Pen & Paper-Runde, in der ich mitspiele, beziehungsweise ich spiele jeden Sonntag Pen & Paper mit. Und das geht bis circa 19 Uhr. Aber wir überziehen halt immer ein bisschen meistens. Ähm, eigentlich immer. Ähm, und dementsprechend wird das Ganze zwischen 19 und 20 Uhr enden, diese Pen & Paper-Runde. Und genau in dem Moment werden wir dann den Themenwahl-Channel schließen. Das kann also 19 Uhr 20 sein oder 19 Uhr 30 oder 19 Uhr 40 oder so. Gebt einfach bis 19 Uhr alle eure Stimmen ab, dann seid ihr safe. Okay, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall direkt nach meiner Pen & Paper-Runde, kann auch Punkt 19 Uhr sein, wird der, ähm, Themenwahl-Channel dann in Discord geschlossen. Nur rein informell. Wegen der Pen & Paper-Gruppe habe ich deswegen dann auch gesagt gehabt, dass die Themenwahl dann bis nach 20 Uhr gehen wird, weil ich, ja, nicht genau weiß, wann die Pen & Paper-Runde vorbei ist. Deswegen war das anders geplant. Aber ich habe da nicht an Speedy gedacht. Das tut mir auch leid für dich, Speedy. Dass ich da ein bisschen dumm war. Aber ich habe, ich habe es korrigiert, okay? Ich habe es korrigiert. Ähm, tut mir leid, Leute. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis und ich sage Tschüsseli. Vergesst nicht, noch abzustimmen. Wäre ja cool, wenn da noch ein paar Stimmen kommen. Let's go, würde ich sagen. Tschüsseli. Tschüsseli. Und dass er die Stimmen Dawnsp 감사합니다 wie gut ist. hat es auch schon weiter getan. Das ist ein bisschen,